Logbuchfreiheit aufgezeichnet am 24.04.2020, ausgestrahlt bei United We Stream am 26. dann wahrscheinlich. Wir sind wieder für euch hier, das sind Lea von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ich, Linus, vom Podcast Logbuch Netzpolitik und wir widmen uns wieder unseren Grund- und Freiheitsrechten allgemein und in der Krise im Besonderen. Heute wollen wir ein bisschen über Polizei und Polizeigewalt reden, also Missbrauchsgefahren, Missbrauchserfahrungen, Missbrauchspotenzial im Polizeiberuf. Das Ganze ist natürlich ein gewissermaßen heikles Thema, weil sich die Gesellschaft an ihren beiden Enden so, glaube ich, in zwei Lager spaltet. Die einen, die sämtliche Polizeigewalt ablehnen und die Polizei als solche ablehnen und die anderen, die sagen, jeder, der von der Polizei einen auf die Nase kriegt, hat das schon aus irgendeinem Grund bekommen. Und diesem Phänomenbereich wollen wir uns dann heute ein bisschen klarer widmen und zwar generell Missbrauchspotenziale im Polizeiberuf. Einmal also Polizeigewalt und an zweiter Stelle noch das Racial Profiling. Aber weil Lea ja Juristin ist, fangen wir natürlich erstmal an mit den rechtlichen Grundlagen. Was ist denn eigentlich Aufgabe der Polizei und unter welchen Bedingungen darf sie denn Gewalt anwenden? Weil mir scheint es, die haben einen Knüppel, die haben eine Knarre, dass die mal Gewalt anwenden, scheint ja durchaus auch vorgesehen zu sein. Genau, also die Polizei hat vor allem zwei Aufgabenbereiche und in einem Aufgabenbereich hat sie dabei den Hut auf, das ist Gefahrenabwehr, also insbesondere die Verhinderung zukünftiger Straftaten. Und dann tritt sie auch noch auf als ErmittlungsbeamtInnen der Staatsanwaltschaft, wenn es um Strafverfahren, also die Verfolgung und Repression von begangenen Straftaten geht. Und dem Bürger gegenüber ist das manchmal nicht so leicht zu unterscheiden, aber in dem einen Fall sammelt sie quasi Beweise für ein mögliches Strafverfahren oder geht einer Straftat auf den Spur und dem anderen versucht sie zukünftige Gefahren zu verhindern. Also zum Beispiel bei einer politischen Demonstration ist die Polizei anwesend, falls es irgendwie zu eskalierender Gewalt mit einer Gegendemonstration kommt, dass sie dann eingreifen kann oder ähnliches. Okay, und jetzt Gewalt darf sie immer dann anwenden, wenn sie bei der Arbeit gestört wird oder keinen Bock mehr hat oder jemand nervt oder wie sind da grob die Rahmen? Also wenn sie Anordnungen trifft, dann darf sie die eben auch durchsetzen und das nötigendenfalls eben auch mit Gewalt und aber eben nur soweit die Gewalt dann dazu auch notwendig und verhältnismäßig ist. Also das kann zum Beispiel heißen, bei einer Festnahme darf sie jemanden, wenn der sich wehrt, die Person also auch am Arm fassen und mitnehmen. Dabei können also auch blaue Flecken entstehen, aber sie darf nicht dann en passant der Person noch einen auf die Nase geben und hinterher treten. Das sind aber potenzielle Missbrauchsgefahren in solchen Situationen dann trotzdem. Genau, aber in beiden Bereichen darf sie eben potenziell sogar rechtswidrige Maßnahmen durchsetzen und damit liegt natürlich auch so eine gewisse Gefahr auf der Hand. Sogar rechtswidrige, also mit sogar rechtswidrige Maßnahmen durchsetzen meinst du, wenn jetzt die Maßnahme selber gar nicht sich nachher als nicht konform darstellt, dann ist es trotzdem in Ordnung, dass sie bei der Durchsetzung Gewalt angewendet hat oder wie muss ich dir das vorstellen? Also dann war die Maßnahme rechtswidrig, aber erstmal müssen wir die Maßnahmen hinnehmen, auch wenn die rechtswidrig sind. Also im Normalfall zum Beispiel lässt der Staat einen Verwaltungsakt und der ist dann nicht sofort vollziehbar, sondern man kann einen Widerspruch erheben und das erstmal überprüfen lassen. Aber diese polizeilichen Maßnahmen, zum Beispiel so ein Platzverweis oder so, die sind immer sofort vollziehbar und dann kann man also auch nicht die Vollziehung durch einen Widerspruch hemmen, sondern muss das also hinnehmen. Die andere Frage ist dann, wenn man sich dagegen wehrt, dann macht man sich dann nicht strafrechtlich belangbar, wenn die Maßnahme rechtswidrig war. Aber das ist nochmal zu unterscheiden davon, dass man trotzdem eigentlich verpflichtet ist, das zu befolgen. Okay, verstehe. Also man will ein bisschen verhindern, dass die ganze Zeit mit der Polizei diskutiert wird. Man erkennt ja auch so ein bisschen, dass die meistens gar nicht so diskussionswillig sind und das ist auch vorgesehen, dass sie nicht mit jedem diskutieren. Okay, verstehe. Jetzt kommen wir, was ist denn jetzt Polizeigewalt? Wann reden wir denn jetzt von Polizeigewalt? Genau, Polizeigewalt unter dem Titel werden physische Gewaltexzesse der Polizei beschrieben. Also Gewalt kann ja eigentlich auch in psychischer Form folgen, aber in einem engen Begriff Polizeigewalt meint man eben, dass die Polizei also bei der Durchsetzung von Maßnahmen exzessiv und damit rechtswidrig Gewalt anwendet. Jetzt ist es so, dass viele Leute durchaus damit Erfahrungen haben. Ja, ich meine, ich glaube, da gibt es natürlich auch eine unterschiedliche Schwelle und Empfindlichkeitsschwelle. Irgendwo wird es auch eine juristische Schwelle geben. Was wissen wir denn über Polizeigewalt? Wie oft kommt das vor? Wie viele Strafanzeigen gibt es da? Meine grundsätzliche Vorstellung ist, dass wahrscheinlich relativ wenig Leute so etwas zur Anzeige bringen, weil man sich ungefähr vorstellen kann, mit wie viel Erfolgsaussicht so ein Verfahren gesegnet ist. Aber gibt es da vielleicht auch systematische Erhebungen, die uns da ein bisschen erklären, wie es aussieht? Genau, es gibt quasi das sichtbare Feld von Polizeigewalt, die auftaucht eben in amtlichen Statistiken. Und da gibt es einmal Statistiken quasi über die Tätigkeit der Polizei in Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete und dann aber auch der Staatsanwaltschaft. Und diese Statistiken der Staatsanwaltschaft zeigen so jedes Jahr 1600 bis 2000 Ermittlungsverfahren gegen PolizistInnen wegen Gewalt auf. Und dann gibt es aber, das sagst du ja, also wir vermuten, dass die Dunkelziffer eben viel größer ist, aber darüber weiß man einfach sehr wenig, weil wir davon ausgehen, dass sowas ganz oft passiert, aber nicht zur Anzeige gebracht wird. Und da hat es letztes Jahr, im September ist da eine Studie veröffentlicht worden von Professor Tobias Singelstein an der Ruhr-Uni Bochum, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie quasi die erste Studie ist, die sich in diesem Maßstab, also auch mit dem Thema Polizeigewalt auseinandergesetzt hat. Und die Studie, da haben sich, glaube ich, über 5000 Menschen bei so einer Online-Befragung daran beteiligt, wo dann letztendlich über 3000 Berichte von Polizeigewalt in die Auswertung aufgenommen wurden. Und man kann aus der Studie, würde ich sagen, vor allem zwei große Erkenntnisgewinne ableiten. Und der erste ist so ein bisschen, dass sich in der Studie zeigt, dass Polizeigewalt in bestimmten Situationen häufiger auftritt. Nun ist die Studie nicht insgesamt repräsentativ, also ich glaube, sie deckt nicht alles ab, was an Einsatzmöglichkeiten es der Polizei gibt, sondern sie ist vor allem in bestimmten Kreisen geteilt worden, also vor allem in Kreisen von linken politischen AktivistInnen und im Kreis von Fußballfans. Nun gibt es wahrscheinlich auch noch andere Kreise, die stark von Polizeigewalt betroffen sind, zum Beispiel Menschen, die Razzien oder Festnahmen oder Wohnungsdurchsuchungen erleiden. In der Studie sieht man aber eben, dass politische Demonstrationen, Großveranstaltungen und Fußballspiele eben, also auch als besonderer Fall der Großveranstaltungen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben auch Polizeigewalt mit sich bringen. Und die zweite Erkenntnis ist dann quasi, das ist auch besonders interessant, nämlich nur die Frage, was ist wohl eigentlich das Dunkelfeld, also was taucht in den amtlichen Statistiken auf, aber wie viel passiert da sonst wohl mehr? Und da zeigt eben die Studie ziemlich klar, dass es ein sehr großes Dunkelfeld ist und zwar wurden in den Fällen von Polizeigewalt, die in der Studie auftauchen, nur 13 Prozent überhaupt zur Anzeige gebracht, tauchten also in den amtlichen Statistiken dann vermutlich auf. Und deswegen geht die Studie also davon aus, dass das Dunkelfeld fünfmal größer ist als das Hellfeld, also dass wir statt so 1600 bis 2000 Fälle von Polizeigewalt eher so 12.000 Fälle von Polizeigewalt jährlich in Deutschland haben. Dann kommen wir zu dem zweiten Bereich des, sag ich mal, Gewalt- oder Amtsmissbrauchs der Polizei. Das ist das Racial Profiling. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das, eine rechtlich nicht zu beanstandende Maßnahme wird aufgrund eines rechtlich zu beanstandenen Grundes durchgeführt. Also die Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Also wir machen Kontrollen und zwar nach bestimmten Hautfarben oder von mir aus wäre auch möglich, ohne dass es einen objektiven Anlass gibt, eben mehr Männer als Frauen oder Kinder als Erwachsene oder Sonstige einer Maßnahme zuzuführen. Und das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, deshalb problematisch, weil jede Bürgerin im Prinzip das gleiche Recht und den gleichen Anspruch auf Behandlung durch die Polizei hat. Habe ich das so erstmal richtig zusammengefasst? Ja, in etwa. Also sagen wir mal so, es gibt bestimmte Maßnahmen, die greifen stark in Grundrechte ein. Und damit man in Grundrechte eingreifen darf, muss eine Maßnahme rechtmäßig auf einer Rechtsgrundlage durchgeführt werden. Und wenn man sie aber aus rassistischer Motivlage durchführt, bewusst oder unbewusst, dann ist die Maßnahme rechtswidrig und damit rechtswidrig in diese anderen Rechte eingegriffen. Also das kann zum Beispiel eine Identitätsfeststellung sein oder eine Durchsuchung von Sachen. Das sind ja Grundrechtseingriffe. Und die sind dann rechtswidrig, wenn sie eben durchgeführt wurden wegen rassischer Merkmale der Personen. Und hinzu kommt natürlich, dass das extrem stigmatisierend auch ist. Also häufig für das Umfeld ja gar nicht zu erkennen ist, ob es jetzt tatsächlich Anlass gab für die Maßnahmen oder nicht. Und deswegen also so dieses Klischee von Ausländerkriminalität oder eben vor allem, dass Menschen mit Migrationshintergrund eben mehr Kriminalität begehen oder ähnlichem. Dieses Klischee wird dadurch natürlich krass aufrechterhalten. Am Einzelfall kann man sich aber doch wahrscheinlich gar nicht dann dagegen wehren. Also wenn ich jetzt von der Polizei aufgegriffen werde und sage, ey, ihr habt mich doch nur wegen meiner Hautfarbe kontrolliert, dann werden die einfach sagen, nein. Genau, es ist total schwierig dagegen vorzugehen, weil die Einzelperson quasi, um diese Behauptung zu untermalen, ja eigentlich mehr sagen muss als über den Einzelfall. Also entweder über die Motivlage. Also ich meine, es gibt tatsächlich seltene Fälle, wo PolizistInnen auch einräumen und sagen so, ja, ich habe den kontrolliert, weil er schwarz ist. Aber in den allermeisten Fällen sagen PolizistInnen das nicht. Und dann muss man quasi irgendwie darlegen, ja, wen habt ihr eigentlich dann in dem Zusammenhang da alles so sonst durchsucht? Und wieso waren das dann zufällig 95 Prozent irgendwie People of Color? Und das ist natürlich für die Einzelperson total schwierig. Und diese Maßnahmen sind eben ja nur deswegen auch rechtswidrig. Also nicht wie bei einem Polizeiexzess, wo man das so irgendwie viel besser dann auch sehen oder an sich nachweisen kann. Jetzt ist es so, dass man bei der Polizei Rassismus nachweisen kann, rassistische Tendenzen nachweisen kann. Big News kann man beim größten Teil der Gesellschaft auch oder beim signifikanten Teil der Gesellschaft auch. Ist die Polizei da einfach nur ein Spiegelbild der Gesellschaft oder stellen wir fest, dass PolizistInnen rassistischer sind als der Rest der Gesellschaft? Und wenn ja, liegt das daran, dass PolizistInnen zu RassistInnen gemacht werden? Ja, also erstmal ist es total schwierig, darüber Aussagen zu machen, weil einfach die empirische Grundlage dafür so ein bisschen fehlt. Es gibt kaum Studien dazu. Und es gab vor kurzem jetzt im Februar eine Studie bei der hessischen Polizei, die da die PolizistInnen befragt hat, so ein bisschen zu deren politischer Grundausstellung. Die Studie ist danach aber auch so wissenschaftlich-methodisch ein bisschen auseinandergenommen worden und lässt vermutlich nicht besonders viele Schlüsse zu. Das heißt eigentlich, also eigentlich weiß man eigentlich wenig darüber, aber man kann ja bestimmte plausible Vermutungen ansetzen. Und das eine ist, was wir ja heute versuchen irgendwie darzustellen, es gibt so bestimmte Missbrauchseinfallstore quasi für fälschliche und rechtswidrige Anwendungen. Das sind einmal eben bestimmte situative Einsatzzusammenhänge, in denen es Gewaltexzesse geben kann. Und dann gibt es eben die Situationen, wo PolizistInnen einen Ermessensspielraum bei der Anwendung von Maßnahmen haben und dann allgemeine, also rassistische oder auch sonstige Vorannahmen eben zum Tragen kommen und sich das zulasten bestimmter Personengruppen auswirkt. Das heißt, das ist quasi vorprogrammiert, dass es dazu kommt. Also das wäre auch der Fall, wenn PolizistInnen totale DurchschnittsbürgerInnen wären. Und dann kommt natürlich so auch ein bisschen die Vermutung und die Frage, ob PolizistInnen aber vielleicht nicht QuerschnittsbürgerInnen sind. Und da kann man, denke ich, schon die Behauptung aufstellen, dass wahrscheinlich mehrheitlich doch Menschen sind, die vielleicht eine autoritärere Vorstellung haben und auch irgendwie mit Staatsgewalt als solcher ein entspannteres oder positiveres Verhältnis haben als manch andere. Das heißt, so ein ganzer Durchschnitt durch die Bevölkerung wird es sicherlich nicht sein. Und auch das, das ist eben die Frage, könnte mit dazu führen, dass rechtswidrig Maßnahmen erfolgen. Gut, was heißt das alles, beziehungsweise nicht gut, aber was heißt das alles jetzt für die aktuelle Situation in der Corona-Krise? Ja, genau. Und die aktuelle Situation in der Corona-Krise, ich glaube, da ist einmal so ein allgemeiner psychologischer Effekt von Krise zu vermerken, der uns irgendwie alle betrifft, dass wir uns so ein bisschen nach einfachen Antworten sehen und nach klarer Führung in der Krise. Und sowas ist so ein gewisser Nährboten auch für so exklusive gesellschaftliche Mechanismen, die also auch Rassismus befördern zum Beispiel. Und genau vor diesem Hintergrund ist eben auch gerade die Polizei tätig und sodass da, glaube ich, auch so ein gewisses Potenzial einfach gibt, zu so einer Law-and-Order-Politik überzugehen, nämlich möglichst harte Maßnahmen durchsetzend Sicherheit herstellen. Und sowas, glaube ich, verstärkt eben auch das Einfallstor für rassistische oder diskriminierende Handlungsweisen. Und dann sieht man ja auch aufgrund dessen, was wir zur Polizeigewalt gesagt haben, dass es so bestimmte Situationen gibt, in denen eben sowas ein bisschen vorprogrammiert ist und immer dann, wenn ein weiter Einsatzbefugnis, Eingriffsbefugnisse der Polizei vorliegen oder sie eben auch Maßnahmen durchsetzen muss, also politische Demonstrationen oder Ähnlichem. Und da gibt es eben gerade auch mit den weiten Eingriffsbefugnissen der Polizei halt durchaus mehr Einfallstor für solche Situationen. Und da gilt es einfach ein Auge darauf zu behalten, dass das jetzt gerade nicht dazu führt, dass wir also exzessiv Polizeigewalt und Racial Profiling haben. Wir haben also gelernt, es gibt durchaus einige Risiken, wenn man sich als Gesellschaft eine Polizei leistet. Wir beide wollen trotzdem nicht vollständig darauf verzichten. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, wie jede andere Institution, die man in einer Gesellschaft mit Macht ausstattet, hier Kontrolle und Transparenz walten zu lassen. Und gerade beim Racial Profiling und bei der Polizeigewalt scheinen wir da durchaus noch ausbaufähig zu sein in Deutschland, habe ich den Eindruck. Kann man so sagen. Ihr könnt uns auf YouTube abonnieren, irgendwas Shares, Subscribe, Like und so habe ich gehört. Und man muss dann auch die Klingel anmachen, das findet ihr vielleicht besser raus als wir, weil wir keine YouTube-Helden sind. Ihr könnt den Podcast Logbuch Netzpolitik abonnieren und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die eure und unsere Freiheitsrechte vor Gericht verteidigt und offensiv durchsetzt, freut sich auch immer über Fördermitglieder, die dann dafür sorgen, dass die Arbeit dort von Expertinnen gemacht werden kann. Damit sind wir am Ende unseres dieswöchigen Beitrags und danken euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao, ciao.